Hallo ihr Lieben, ich hoffe euch geht's gut. Ich begrüße euch aus der Kita Pauluskirche und ich habe heute eine kleine Faltarbeit für euch dabei, eine Tulpe. Dafür benötigen wir nur zwei Sachen, und zwar ein grünes Quadrat für den Blumenstiel und ein Quadrat in eurer Lieblingsfarbe für die Tulpenblüte. Dann legen wir auch schon los. Zuerst falten wir das Quadrat einmal in der Mitte, sodass es ein Dreieck gibt. Dann müsst ihr das vor euch legen und die rechte Ecke nach oben falten. Ich zeige euch das jetzt gerade mal, dass es so aussieht. Als nächstes nehmt ihr die linke Ecke und faltet sie über die rechte Ecke drüber, und schon ist eure Tulpe fertig. Als nächstes kommt das grüne Quadrat. Daraus machen wir den Blumenstiel. Da müsst ihr es auch wieder in der Mitte falten, dass ihr ein Dreieck habt. Dann klappt ihr das Dreieck aber wieder auf und klappt jeweils die Außenecken nach innen. Ich mache das jetzt gerade mal. So, eine Seite. Und jetzt noch die andere Seite. Dann zieht es aus wie eine Schultüte oder wie ein Drache. Jetzt legt ihr es wieder vor euch und jetzt müsst ihr es aufeinander falten. Dann zieht es so aus. Jetzt müsst ihr es einmal umdrehen und wieder hinlegen und unten die Ecke nach oben falten. Moment. So. Dann habt ihr euren Blumenstiel. Dann nehmt ihr nochmal eure Tulpe und faltet hier unten die Ecke ein bisschen nach oben. Ich zeige es euch. So. Dann könnt ihr das oben drauf falten. Und schon ist eure Tulpe fertig. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbastel und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.